Sehr geehrter Herr Professor Robertson, lieber Herr Professor Kielcher, liebe Frau Biedenig, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen vierten Thomas-Mann-Lecture, die zusammen vom Thomas-Mann-Archiv an der ETH-Bibliothek in Zürich und dem Lehrstuhl für Literaturwissenschaft Professor Kielcher an der ETH Zürich veranstaltet wird. Als wir heute die heutige Thomas-Mann-Lecture vor einem Jahr geplant haben, war Corona noch ein lateinisches Wort für Krone, ein Terminus, der entweder positiv besetzt war als Topos für Glanz und Gloria und sicher auch für Macht. Heute steht Corona mehr noch als uns lieb sein kann für Macht, aber nicht für Macht eines Einzelnen, für die Macht des Kaisers, einer Königin, eines Staates, einer Nation oder einer Familie, sondern für die Macht einer ganz spezifischen Virusgattung, die es fast noch schneller geschafft hat, als frühere Corona-Träger Menschen um Leib und Leben zu bringen, in ihr Zuhause einzusperren, sie vom öffentlichen Leben auszuschließen, ja sogar das öffentliche Leben einzustellen und ganze Branchen, etwa die Luftfahrt, die Gastronomie, aber eben auch den Kulturbetrieb nahezu zu eliminieren. Frau Bedenik, unsere Leiterin des Thomas-Mann-Archivs an der ETH-Bibliothek, hat mir so freundlich und so positiv, wie sie ist, in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung geschrieben. Ich möge doch die heutige Thomas-Mann-Lekture ankündigen in einem neuen, modernen und zeitgemäßen Online-Format. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Bedenik, erlauben Sie mir, dass ich heute unsere Thomas-Mann-Lekture gerne ankündige als Online-Format, als virtuelle, rein digitale Veranstaltung. Aber erlauben Sie mir auch, dass ich die Durchführung in diesem Format gleichzeitig zutiefst bedauere. Bedauern, dass wir nicht zusammensitzen können in der schönen Semper-Aula der ETH, dass wir den Vortragenden nicht wirklich sehen, spüren und fühlen können, dass wir nicht hören können und merken können, was er uns noch sagt, außer mit seinen Worten. Dass wir nicht wahrnehmen können, was diese spezielle Aura eines Locus Spiritualis ausmacht und dass doch das Stachen auf den Bildschirmen ein billiger Ersatz ist für die echte Begegnung. Meine Damen und Herren, ich bin weder ein Corona- noch Pandemie-Leugner, noch ein Dauernörgler, der die aktuelle Situation und den Umgang damit als Katastrophe brandmarkt und alle digitalen Hilfsmittel als billiges Zerrbild des Wirklichen abwerten möchte. Aber ich hege gewisse Vorbehalte gegen all die allzu sonnigen Gemüter, die in jeder Katastrophe eine Chance sehen und die immer nur die positiven Erfahrungen aus der Corona-Welt in die Welt danach retten wollen. Wir sollten uns, meine Damen und Herren, unsere Aufrichtigkeit bewahren und auch schwierige Zeiten schwierige Zeiten nennen dürfen und digitale Hilfsmittel auch nur als digitale Hilfsmittel bezeichnen. Und deshalb in schweren Zeiten nicht zu tun, als seien es ganz normale Zeiten. Die Welt ist nun einmal aus den Fugen geraten und wir sollten das Recht haben, dies auch so zu sagen und zu empfinden. Meine Damen und Herren, Thema und Referent unserer heutigen Thomas Mann Lecture könnten aktueller nicht sein. Wir sind verbunden mit der Oxford University, wo uns Professor Ritchie Robertson live zugeschaltet ist. Ich begrüße ihn an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich. In seinem Vortrag Aufklärung und Gegenaufklärung auf dem Zauberwerk wird er uns zwei Positionen vorstellen, die im großen Zeitroman von 1924 in zwei Romanfiguren verkörpert sind. Im Humanisten Settembrini und im Jesuiten Nafta treffen Aufklärung und Gegenaufklärung in alle Heftigkeit aufeinander, die im Roman sogar zu einem tödlichen Duell führen. Das Problem der Unvereinbarkeit von Positionen ist heute, 100 Jahre nach dem Zauberwerk aktueller denn je. Denn auch im Jahr 2020 stehen sich scheinbar unvereinbare Positionen gegenüber, nicht nur im Kampf der Ideologien, sondern auch im Kampf von Wahrheit und Fake News. Wir wissen, meine Damen und Herren, zu dieser Stunde noch nicht, ob auch das Duell der amerikanischen Präsidentschaftskandidaten tödlich enden wird, wenn auch nicht für die Protagonisten selbst. Immerhin, meine Damen und Herren, haben wir das Datum der heutigen Lecture günstig gewählt. Und damit meine ich nicht die amerikanischen Wahlen. Denn morgen erscheint ein tausendseitenstarkes Werk von Ritchie Robertson. Über die Aufklärung. Es trägt den verheißungsvollen Titel The Enlightenment, The Persuade of Happiness. Und es wird als Masterclass in Big Picture History für eine Grundgründungsthesen der Modernen angekündigt. Schon mal an dieser Stelle, Herr Professor Robertson, herzlichen Glückwunsch zu diesem Werk. Wir haben das vorhin kurz gesehen. Sie haben es uns zeigen können. Wir freuen uns auf die Erscheinung morgen Ihres Werkes. Als Direktor der ETH-Bibliothek, meine Damen und Herren, freut es mich besonders, dieses Werk und seinen Autor hier ankündigen zu können, waren wissenschaftliche Bibliotheken und sind wissenschaftliche Bibliotheken als Kultur- und Gedächtniseinrichtungen doch gerade in Zeiten großer Wirrnis der Garant für Stabilität, für Kontinuität und für die Sicherheit der Überlieferung. Ein aktuellerer Referenz zum Thema der Aufklärung ist also kaum denkbar und ich heiße Professor Robertson, aber auch Sie, meine Damen und Herren, deshalb mit echter Spannung zur vierten Thomas Mann Lecture ganz herzlich willkommen und freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich übergebe nun das Wort für die Einführung an den Kuratoriumspräsidenten des Thomas Mann Archivs, Professor Kilcher. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Ball und vor allem natürlich vielen Dank, Richard Robertson. Nicht, dass Sie ganz zu uns gekommen sind, aber dass Sie aus Oxford zu uns zugeschaltet sind und diese Einladung angenommen haben, die vierte Thomas Mann Lecture zu bestreiten. Raphael Ball hat schon darauf hingewiesen, natürlich kann ich das nur unterstreichen, dass Sie ein Thema gewählt haben, das tatsächlich aktueller kaum sein könnte. Und ich will jetzt nicht nochmal wiederholen, wo wir uns in diesem Streit ungefähr bewegen, aber es ist tatsächlich so, dass wir darüber kaum mehr heute nachdenken sollten, wo auf der einen Seite die Kräfte der Aufklärung gefordert sind, auf der anderen Seite die der Gegenaufklärung sich, man muss sagen, in einem gewissen Aufwind befinden, der beängstigend ist. Man muss gar nicht unbedingt die Entscheidung so klar treffen und die Gegenüberstellung als eindeutig verbuchen, denn tatsächlich ist die Aufklärung selber ja auch ambivalent. Sie ist auf der einen Seite notwendige Kritik, etwa an Politik und Religion. Sie stiftet Freiheit und Autonomie des Denkens, zugleich aber auch schränkt ihre Kritik ein, reduziert sie, grenzt sie allenfalls aus. Und wir wissen als Literaturhistoriker, dass schon die Romantik sich gegen dieses Ungenügen an der Aufklärung gesträubt hat und sich daran gestoßen hat, das Eingrenzen zu einem fast bürokratischen Denken. Das ist sicher nicht dasjenige, was heute an der Aufklärung stört, aber die Herausforderung, aber auch die Ambivalenz zwischen Aufklärung und Gegenaufklärung, tatsächlich, sie könnte aktueller kaum sein. Die Irritationen, die auf beiden Seiten stehen, die müssen immer wieder neu ausgeleuchtet werden. Und ich denke, dass der Anlass, eben anlässlich von Thomas Manns-Zauberberg, sich diese Frage nochmal zu stellen, willkommener kaum sein könnte. Ich will aber jetzt hier nicht in dieses Thema einsteigen, obwohl es sehr verlockend ist, sondern Ihnen lieber, Richie Robertson, sehr verehrte Damen und Herren, noch etwas genauer vorstellen. Er ist seit 2010 Taylor Professor für deutsche Sprache und Literatur an der Oxford University, zugleich aber auch Fellow am Queen's College in London. Er hatte eine Vielzahl von Gastprofessuren, er war wiederholt Stipendiat der Humboldt-Stiftung, er hatte eine Gastprofessur an der Queen's University in Kanada, er war Friedrich Schlegel, Graduiertenkolleg, also Fellow am Graduiertenkolleg an der FU in Berlin und er ist seit 2004 Fellow an der British Academy, wo er Leiter der Abteilung für moderne Sprachen und Literaturen ist. Zudem ist hervorzuheben, neben den vielen Leistungen von Richie Robertson, dass er das Oxford Kafka Research Center leitet, eine Einrichtung, die mich natürlich speziell interessiert und die auch darauf hinweist, dass einer der grossen Namen in der Forschung von Richie Robertson Franz Kafka ist. Tatsächlich forscht Richie Robertson sehr breit zur deutschen Literatur seit der Aufklärung, Namen wie Heine, Schiller, Hoffmannsthal tauchen auf, aber eben auch immer wieder und schon sehr früh, Franz Kafka, dem er 1985 einer seiner ersten Bücher gewidmet hat, Kafka, Judaism, Politics and Literature, das bereits 1989 im Metzer Verlag übersetzt wurde und ich kann nur sagen, für mich damals eine initiale Begegnung war mit Kafka, gerade weil es diesen Kontext zum Judentum geöffnet hat. Deutsch-Jüdische Literatur ist auch einer seiner Forschungsschwerpunkte, dazu gibt es auch eine eigene Monografie. Eben hervorheben will ich aber die Forschung zur Aufklärung, denn das ist nicht erst jetzt ein grosses Thema von Richie Robertson. Auch wenn jetzt gerade, wie angekündigt, morgen öffentlich das Buch über The Enlightenment, The Pursuit of Happiness in Penguin Books, erscheint in London und zugleich in HarperCollins in New York. Es ist schon lange ein Thema. Die Aufklärung, es gibt zum Beispiel im Jahr 2010 schon eine Publikation mit dem Titel History and the Enlightenment, 2015 The Enlightenment, A Very Short Introduction und 2017 The Enlightenment and Religion in German and Austrian Literature. Nur einige ausgewählte Titel, um deutlich zu machen, dass das Nachdenken über die Aufklärung, die Funktion, die Rolle der Aufklärung zwischen Literatur und einem grösseren historisch-politischen Umfeld schon lange das Thema ist von Richie Robertson. Und umso mehr können wir auf das große Werk einerseits gespannt sein, aber natürlich auch jetzt auf die Vorlesung zu Thomas Mann. Am Schluss will ich noch darauf hinweisen, dass Richie Robertson neben Kafka und eben anderen Autoren auch schon intensiv zu Thomas Mann gearbeitet hat. Und da zählt an erster Stelle natürlich der wichtige Cambridge Companion zu Thomas Mann, der in der Cambridge University Press 2002 erschienen ist. Und mit Sicherheit ein Meilenstein in der Kafka-Forschung ist, in der internationalen, in dem sich grundlegende Beiträge über Manns grundlegende Texte finden von sehr renommierten Forschern. Robertson hat dort das Kapitel über Tod in Venedig geschrieben und Kollegen aus unserem Bereich haben dort auch mitgewirkt, wie Jachja El-Sagete dort über Lotte in Weimar geschrieben hat. Es gibt neben diesem wichtigen Werk, das kanonisch geworden ist, auch in der Mann, natürlich speziell in der Mann-Forschung, auch eine Reihe von Aufsätzen, die will ich nur kurz streifen, von Richie Robertson zu Thomas Mann, etwa zu Fiorenza, zum Dr. Faustus, aber auch zum Kontext Nietzsche, Freud und Thomas Mann. Ja, da bleibt mir zu sagen, wir freuen uns sehr, Richie Robertson, auf diesen Vortrag über Thomas Mann, Aufklärung und Gegenaufklärung auf dem Zauberberg. The floor is yours. Ja, meine Damen und Herren, ich danke sehr für die freundliche Einführung und bedauere mich, der gegenwärtigen Umstände wegen, nicht in Person an sie wenden zu können. Ich hatte mich sehr auf einen erneuten Zürich-Besuch gefreut. Mein letzter Aufenthalt in ihrer Stadt liegt an die 20 Jahre zurück, als ich im Thomas Mann Archiv Material zu einem Vortrag über dessen Fiorenza-Stück zusammenstellte und ich bin den Archivangestellten noch heute für ihre Hilfe dankbar. Soeben war die Rede aus meinem Buch über die Aufklärung, dessen Veröffentlichung für morgen vorgesehen ist und bevor ich mich der Frage zuwenden kann, was Thomas Mann unter der Aufklärung verstand, muss ich mir ein paar Bemerkungen dazu erlauben, was ich darunter verstehe. Wenn man über die Aufklärung im 80. Jahrhundert schreibt, zieht einem eine doppelte Optik. Einerseits ist es heute, wie schon gesagt, wichtiger denn je, für die Vernunft und Wissenschaft, um Goethe zu zitieren, als des Menschen allerhöchste Kraft einzutreten. Mit Vernunft wappnen wir uns gegen die Fake News und Verschwörungstheorien, die in den sozialen Medien umlaufen. Mit der Wissenschaft bekämpfen wir zurzeit eine Pandemie. Auf der anderen Seite aber läuft man als Historiker die Gefahr des Präsentismus. Das heißt, man riskiert die Aufklärung zu sehr mit den Anliegen der eigenen Gegenwart in Bezug zu bringen. Die physikalischen und intellektuellen Welten des 18. Jahrhunderts unterschieden sich grundlegend von den unseren. Zum Beispiel schätzen selbst die verwendeten Kalkulationen das Alter der Erde damals auf nicht mehr als höchstens 100.000 Jahre. Um zu skizzieren, was ich unter der Aufklärung verstehe, möchte ich mich nicht etwa zu einer Imitation Kanz versteigen, mit meiner eigenen Version seiner Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, wie er es im Titel seines berühmten Aufsatzes in der berlinischen Monatsschrift von Dezember 1784 formuliert. Ich begnüge mich lieber auf vier knappe Stichworte. Erstens, Vernunft. Hier ist allerdings Vorsicht geboten. Für das 18. Jahrhundert bezeichnet Vernunft nur selten das rationale Denkvermögen, das im vorigen Jahrhundert im Zentrum des Rationalismus eines Descartes und Spinoza gestanden hatte. In Kanz' Aufsatz wird der Begriff Vernunft synonym mit dem des Verstandes verwendet. Sein berühmter Satz lautet Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Für die Aufklärung kamen diese Worte weitgehend einer Aufforderung zum Verständigsein gleich und schlossen in Redewendungen wie die gesunde Vernunft und der gemeine Menschenverstand ein. Zweitens, Empirie. Der Aufklärung Geburtshilfe leistet die naturwissenschaftliche Revolution des 17. Jahrhunderts, die wir mit Galileo, Kepler und vor allem Newton in Verbindung bringen. Statt blindlings die Autorität von Aristoteles zu akzeptieren, richteten die Denker der Aufklärung ihr Augenmerk auch die Welt um sie herum. In Sachen Religion nahmen sie sich die ehemals heiligen Schriften vor, hinterfragten, wie die Bibel wirklich entstanden war und forsten die Autorität religiöser Institutionen an. Drittens, Menschenrechte. Die Aufklärung entwickelte die Transition des Naturrechts weiter mit dem Bestreben, menschliche Beziehungen auf einer Basis von Gesetzlichkeit begründet zu sehen, statt auf willkürlicher Machtausübung. Zwar verhieß das nicht Demokratie, zumindest nicht annähernd im heutigen Sinne, denn die Aufklärer glaubten, Reformen würden von oben eingeführt werden, nicht von unten. Dass aufgeklärte Absolutisten, wie Friedrich der Große, ihre Durchführung gewähren würden. Aber sie verurteilten nachdrücklich den Sklavenhandel und die kommerzielle Ausbeutung der von europäischen Besetzern eroberten Überseeterritorien. Man sieht hierzu das großartige, viel zu selten gelesene Werk, die Histoire des Designs von Reynal und Diderot. Viertens, ein viertes Stichwort mag sich etwas ominös anhören, Polizei. Im 80. Jahrhundert wurden mit dem Begriff der Polizei wie mit demjenigen der Police im Französischen oder Englischen nicht nur die Behörden bezeichnet, die mit der Festnahme von Kriminellen beauftragt waren, sondern er umfasste sämtliche Bemühungen um die Wahrung der öffentlichen Ordnung, die Errichtung und Instandhaltung einer Infrastruktur von Straßen, Brücken und Kanälen, die Aufforderung zu gemäßigtem Verhalten und zur Unterdruckung von Gewalt und die Gewährleistung eines bequemen, hygienischen und gesundheitserhaltenden öffentlichen Lebens. Die Begrüß war mehr oder weniger, dem der Zivilisation gleichzusetzen, der den Werken Thomas Manns zur großen Bedeutung zugemessen wird. Ganz in diesem Sinne ist die entscheidende Frage, die wir uns nun zuwenden wollen, nicht wie ich oder andere moderne Historiker über die Aufklärung denken, sondern was Thomas Mann darunter verstand. Als sich Deutschland im 19. Jahrhundert der Einigung näherte und der Nationalismus Aufschwung nahm, verbreitete sich die Ansicht, die Aufklärung sei ein Fremdkörper in der deutschen Kultur und in der deutschen Geistesgeschichte eine Episode von wenig Belang. In dieser Perspektive galt die Aufklärung als eine französische Angelegenheit, hyperrational, blutlos und mechanistisch, irreligiös, oberflächlich und materialistisch. Goethes wohlbekannte Antwort auf Helvetius, in der er die leblose mechanistische Weltanschauung, die dieser in der Natur vertrat, zurückwies, wurde faktisch als eine Absage auf die gesamte Aufklärung aufgefasst. Im Gegensatz dazu galt die deutsche Kultur als tiefgründig und von vitalen, emotionalen Kräften animiert. Die Literaturgeschichte erhob den Sturm und Drang zu einem der Aufklärung gleichwertigen Status als deren authentischer deutscher Gegenpart. Die deutsche Affinität mit dem Leben wurde als deutsche Bewegung bekannt. Eine zeittypische Formulierung hierzu stellte der Philosoph Hermann Nohl im Jahr 1911, Zitat. Die neue Epoche gegenüber dem Zeitalter der Aufklärung beginnt überall da, wo der Reflexion des Verstandes als für alle Gewissheit begründeten Macht, der Abstraktion und Demonstration des Rationalismus einerseits, der psychologischen und naturwissenschaftlichen Analyse andererseits, das Leben als ein von Grund aus individuelles, Irrationales und als Totalität, die nur der Totalität des Lebens zugänglich ist, entgegengehalten wird, Zitat Ende. Im Deutschland des frühen 20. Jahrhunderts war das Leben ein mit Vorliebe angeführter Begriff. Er kam daher mit der Autorität von Nietzsche und der intellektuellen Tradition der Lebensphilosophie, wie sie unter anderem von Wilhelm Dilltei vertreten wurde. Dilltei teilte Nietzsches Unglauben an eine metaphysische Welt. Sein Ansatzpunkt, das Leben, war nicht weltfremd und abstrakt, sondern unmissalbar und konkret und manifestierte sich am klarsten im Moment intensivster Erfahrung im Erlebnis. Vor diesem Hintergrund fühlte Thomas Mann seine ganz private Anfechtung gegen die Aufklärung aus, wie er sie in der Form seines Bruders Heinrich verkörpert sah, der, wie wohl bekannt ist, in den Betrachtungen eines Unpolitischen anonym der Figur des Zivilisationsliteraten Baudel gestanden hat. Der Zivilisationsliterat in Manns gehässiger Polemik ist ein abtrünniger Deutscher, getrieben von Selbstekel und Entfremdung. Der nächste Verwandte im Zauberberg, Settembrini, als Repräsentant der Aufklärung, ist als authentischer Angehöriger der romanischen Zivilisation dagegen weitgehend fremd. von der Verlogenheit, die man Zivilisationsliteraten kennzeichnet. Tatsächlich ließe sich Selbstekel als Folge von Abtrünlichkeit eher nafter zuordnen, der aus rein opportunistischen Gründen das orthodoxe Judentum verworfen hat und der katholischen Kirche beigetreten ist. Settembrini ist natürlich eine Kompositfigur. Er bezieht sich wiederholt auf die Aufklärung, zum Beispiel, als vom Konflikt zwischen Europa und Asien die Rede ist und er voraussagt, dass die siegreiche Macht die der Aufklärung der vernünftgemäßen Vervollkommnung sein wird. Er fragt Hans Castorp, haben Sie von den Erdbeben zu Lissabon gehört, worauf Castorp, der annimmt, die Rede sei von einem Tagesgeschehen, mit Besorgnis antwortet, nein, ein Erdbeben, ich sehe hier keine Zeitungen. Er beruft sich auf Voltaires Reaktion auf das Erdbeben, um die Feindschaft des Geistes gegen die Natur aufzuzeigen, was allerdings eine ziemlich eigenwillige Interpretation von Voltaire darstellt. Man wusste zwar durch Hermann Hettners Geschichte der französischen Literatur Bescheid über Voltaires Kommentar zum Erdbeben von Lissabon, wie grausam die Natur ist, aber zu sagen, dass Voltaire im Namen des Geistes und der Vernunft gegen diesen skandalösen Unfug der Natur protestierte, trifft nicht zu. Wenn wir bedenken, dass Voltaires berühmtes Gedicht über die Zerstörung von Lissabon tatsächlich den Glauben an die göttliche Vorsehung angreift. Eine weitere Assoziation Settebrinis mit der französischen Aufklärung finden wir in der Kapitelüberschrift Enzyklopädie mit ihrer Anspielung auf die Enzyklopädie und Dictionnaire Résumé des Sciences des Arts et des Métiers herausgegeben von Diderot mit Beiträgen von einer ganzen Anzahl der Pariser Aufklärer einschließlich Voltaire und Rousseau. Bei der Enzyklopädie des Zauberbergs handelt es sich allerdings um ein geplantes Werk mit dem Titel Soziologie der Leiden, dessen 20 Bände dem Zweck dienen sollen, jegliche Form menschlichen Leidens zu dokumentieren und zu analysieren in einem ersten Schritt zu dessen Bekämpfung und endlich Erliminierung. Für diese Idee berief sich man nicht etwa auf eine Quelle aus der Zeit der Aufklärung, sondern auf einen kleinen Band von F.C. Müller-Löhr mit dem Titel Soziologie der Leiden 1914, der ursprünglich als Teil eines mehrbändigen Projekts konzipiert war, die die sämtlichen Leiden und Übel umfasst und in wissenschaftlicher Weise behandelt. Die Vorstellung von der Eliminierung allen Leidens soll absurd erscheinen. Nietzsche spottet über moderne demokratische Denker, die für Mitleid plädieren und sagt, das Leiden selbst wird von ihnen als etwas genommen, das man abschaffen muss. Aber an dieser Stelle möchte man vielleicht innehalten und sich fragen, ob dieses Ziel wirklich so absurd ist. Die moderne Medizinwissenschaft hat eine enorme Linderung des von physischen Schmerzen verursachten Leidens erreicht und heute besteht auch die Möglichkeit von wirtschaftlicher Ungleichheit herrührendes Leiden auszugleichen. Nebst diesen anderen Quellen vertritt der Desweiteren den umstürzerischen Geist der französischen Revolution und von Emanzipationsbefürworten des 90. Jahrhunderts wie Giuseppe Medzini, dessen politische Schriften man mit Material belieferten. Settelbrini tritt für die Volksrevolution ein. Sein Großvater war ein Carbonaro und setzte sich im Geheimen für die Befreiung Italiens von fremder Unterjochung ein. Wir erfahren das Zitat Großvater Settelbrini die Barrikaden den Volksthron genannt und erklärt habe, es gelte, die Pike des Bürgers am Altar der Menschheit zu weihen. Zitat die sich laut Settelbrini besonderer Beziehungen zur politischen Fortschrittsidee rühmen kann. Er erläutert nicht weiter, aber es ist anzunehmen, dass zeitgenössische Leser des Zauberbergs um die Bedeutung Barcelonas in der Geschichte des Sozialismus und Anarchismus Bescheid wussten. 1870 fand dort der erste spanische Arbeiterkongress statt. Im Juli 1909 begann ein Generalstreik, der zur Errichtung von Barrikaden und Straßenkämpfen und der Zerstörung von 80 Kirschen und Klöstern führte. Im Anschluss an diese tragische Woche wurden 1700 Leute verhaftet, zwölf davon zu lebenslanger Haft verurteilt und fünf hingerichtet. Es ist kaum überraschend, dass die Barrikaden Rhetorik Hans Kastorp in seinem angeborenen Konservatismus verletzt. Aber die Figur Celebrinis kennzeichnet noch weitere aufrührerische Elemente. Er ist Freimaurer. Nun hat die Forschung über die Aufklärung zwar wohl die Bedeutung der Freimaurer Logen etwas überschätzt. Sie scheinen weniger der intellektuellen Einflussnahme gedient zu haben, als vielmehr dem Zweck der Unterhaltung, des Denierens in Gesellschaft und der sozialen Beziehungspflege. Aber vom späten 18. Jahrhundert an wurden die Freimaurer allerhand subversiver Tätigkeiten bezichtigt und bisweilen sogar für die französische Revolution verantwortlich gemacht. Diese Verdächtigungen bestanden bis ins 20. Jahrhundert fort und wurden auch von Thomas Mann selbst geteilt. In Betrachtungen eines Unpolitischen schrieb er, die Geschichtsforschung wird lehren, welche Rolle das internationale Illuminatentum, die Freimaurer Weltloge unter Ausschluss der ahnungslosen Deutschen natürlich bei der geistigen Vorbereitung und wirklichen Entfesselung des Weltkrieges, des Krieges der Zivilisation gegen Deutschland gespielt hat. Was mich betrifft, so hatte ich, bevor irgendwelches Material vorlag, meine genauen und unumstößlichen Überzeugungen in dieser Hinsicht. Nebenbei, dass man zugibt, ohne irgendwelches Beweismaterial zu diesen Überzeugungen gelangt zu sein, verrät die Mentalität des Verschwörungstheoretikers. Er fährt fort. Nicht geahnt hatten wir, dass unter der Decke des friedsam internationalen Verkehrs in Gottes weiter Welt der Hass, der unauswürstliche Tothass der politischen Demokratie des freimaurerisch republikanischen Retour-Bourgeois von 1789 gegen uns, gegen unsere Staatseinrichtung, unseren seelischen Militarismus, den Geist der Ordnung, Autorität und Pflicht am verfluchten Werk war. Zitat Ende. Satz von der Heiligen Allianz der bürgerlichen Demokratie ist eine Formulierung aus Freimaurerkreisen. Man bei der Freimaurerei in Friedrich Wichtels Werk Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik begegnet, dass die Freimaurer zusammen mit den Juden für den Ersten Weltkrieg verantwortlich machte. Der Ausdruck Weltrepublik wurde nicht nur von Wichtel, sondern auch von Mazzini verwendet. Der schrieb, eine Weltrepublik ist notwendig und eine Weltrepublik wird sein. Wenig liegt mir daran, Thomas Mann als Historiker zu kritisieren, aber es lohnt sich zu vermerken, dass die Errichtung einer einzigen Weltrepublik nie ein Ziel der Aufklärung war. Kant macht im Aufsatz zum ewigen Frieden ausdrücklich klar, dass eine Universalmonarchie oder Weltstaat nicht erstrebenswert ist, da er zum seelenlosen Despotismus entarten würde. Vielmehr schriebte ihm für die Zukunft ein lockerer Völkerbund von unabhängigen Staaten vor. Eine weitere Komponente von Settembrinis Weltanschauung ist bei Nietzsche entlehnt. Zwar würde man in Nietzsche vielleicht eher einen Zeugen für die Gegenaufklärung vermuten, Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die erste Ausgabe von Menschliches Allzu Menschliches Voltaire gewidmet war. Fast zu Beginn des Textes sagt Nietzsche, wenn wir einmal Schubelhauer verinnerlicht hätten, Zitat, dürfen wir die Fahne der Aufklärung, die Fahne mit den drei Namen Petrarca, Erasmus, Voltaire von Neuem weitertragen. So ein ganzes Werk hindurch, selbst in den sehr späten Texten, befürwortet Nietzsche die Wissenschaft, die Redlichkeit und das intellektuelle Gewissen. Es mag schwer, vielleicht unmöglich sein, diese Werte mit anderen Behauptungen, die Nietzsche aufstellt, in Einklang zu bringen, vor allem solchen über die angebliche Unzugänglichkeit der Wahrheit, aber sie sind immer hin ausdrücklich präsent in seinen Schriften. Entsprechend zitiert Settembrini Voltaire und singt ein Loblied auf Petrarca, den er den Vater der Neuzeit nennt. Andererseits liegt es auch im Zweifel, dass viele von Settembrinis aufklärerischen Werten Nietzsche ein Dorn im Auge gewesen wären, insbesondere derjenige, der Zivilisation. Das Ideal eines gesicherten Lebens ist das der letzten Menschen in Zaratustra. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und Blinzeln. Nietzsche lehnt das allgemeine grüne Weideglück der Herde mit Sicherheit, Ungefährlichkeit, Behagen, Erleichterung des Lebens für jedermann entschieden ab. Hierauf aber gründet Settembrinis Zivilisation. Settembrinis Ideale leiden aber ebenfalls an einem inneren Widerspruch. Er lobt die Brüderschaft der Menschheit, die internationale Völkerverbrüderung, verteidigt aber gleichzeitig den Nationalismus des 19. Jahrhunderts als revolutionäre Kraft. Sein Großvater war bestrebt, Norditalien von österreichischer Herrschaft zu befreien. Selbst heute wünscht sich Settembrini Satisfaction von Österreich. Zitat, Österreich gelte es aufs Haupt zu schlagen und zu zertreten, einmal um Rache zu nehmen für Vergangenes und dann um die Herrschaft des Rechtes und Glückes auf Erden in die Wege zu leiten. Als er nach Kriegsausbruch Abschied von Hans Kastrop nimmt, steht er im Begriff nach Italien zurückzukehren und die Kriegstrommel zu rühren. Seine letzten Worte im Roman sind Mir aber verzeih, wenn ich den Rest meiner Kräfte daran setze, um auch mein Land zum Kampfe hinzureißen auf jener Seite, wohin der Geist und heiliger Eigennutz es weise. Die Wendung heiliger Eigennutz weist auf die Lehre des Sacro Egoismo hin, wie sie der italienische Premierminister Antonio Salandra im Oktober 1914 verkündete. Hinzu kommt, dass es für Mann ein leichtes ist, Settebrini ins Lächerliche zu ziehen, indem er sich auf des Lesers nachträgliche Einsicht beruft. So behauptet Settebrini zum Beispiel einige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, die Friedensbestrebungen und Abrüstungsbemühungen würden immer stärker. Er sagt, die europäische Gesamtatmosphäre sei von Friedensgedanken, von Abrüstungsplänen erfüllt. Er lobt die Technik als Sieg der menschlichen Zivilisation über das Chaos und bezieht sich hierfür auf das unglücklich gewählte Beispiel der Luxusdampfer, wobei der Leser Manns kaum umhin kann, an die Titanic erinnert zu werden, die im April 1912 auf einen Eisberg traf und unterging. Eine Katastrophe, die einen Zeitgenossen Manns, Karl Krauss, dazu inspirierte, gegen das technoromantische Abenteuer zu polemisieren, in das die moderne Zivilisation vernarrt war. Bevor ich Settembrini verlasse und mich seinem Antagonisten Nafta zuwende, möchte ich betonen, dass Settembrini kein bloßes Sprachrohr für eine Ansammlung von Auffassungen ist. Settembrin ist ein Ideenroman, gewiss, aber in erster Linie ist er ein Roman, in dem Ideen in lebendigen, plastischen Erzählfiguren verkörpert sind. Settembrinis Erscheinung, seine kurierte Hose, seine Gäste, sein wacher, durchdringender Blick und seine Bereitsamkeit, gepaart mit der Liebe zu gewissen Ausdrücken, machen aus ihm einen Charakter, der es verdiente, in einem Roman von Dickens zu erscheinen. Mehr als das, er beweist durch seine Taten, dass er der Bezeichnung eines Homo Humanus würdig ist. Man spielt diskret auf Settembrinis Homosexualität an, trotz seiner gelandten Anwendungen für den jungen Frauenbegegnungen und auf seine emotionale Anhänglichkeit zu Hans Kastorp. Doch drängt Settembrini Kastorp dazu, dem Zauberberg zu entfliehen, bevor diese ihn mit seiner Atmosphäre der Lethargie in den Bann ziehen kann. Man konzipierte den Zauberberg ursprünglich als Novelle und Gegenstück zu seinem Tod in Venedig. Aschenbach, wir erinnern uns, ist froh, was eine Verwechslung mit seinem Gepäck, seine Pläne, Venedig zu verlassen, durchkreuzt und, was weit bedenklicher ist, er entschließt sich bewusst dazu, Tadjus Familie zu verschweigen, dass Venedig von der Cholera befallen ist. Er würde lieber sterben und Tadjus mit sich sterben sehen, als den Geliebten aus dem Blick verlieren. Im Gegensatz zu Aschenbach ist Sittembrini Willens, den Kontakt zu Hans Castorp zu dessen Wohl aufzugeben und erteilt ihm in der Folge die Warnung, die Aschenbach Tadjus vorenthält. Gegen Ende des Romans, in der absurden Duell-Passage mit Nafta, vermeidet Sittembrini ein Blutvergießen, indem er in die Luft feuert. Entsprechend schrieb man in einem Tagebucheintrag, dass Sittembrinis Reden, wenn gleich nicht ernst zu nehmen, doch das sittlich einzig Positive und dem Todeslaster entgegenstehende des Romans seien. Nafta ist als Figur fast ebenso lebendig gezeichnet wie Sittembrini. Er mag einige seiner Eigenschaften Georg Lukács verdanken, dem Mann 1922 in Wien begegnete und der möglicherweise im Namen von Naftas Vermieter Lukács verewigt ist. In Debatten erringte die Oberhand durch rhetorische Kunststückchen, indem er zum Beispiel einem Gegner mit einem gezielt ausgerufenen falsch den Wind aus den Segeln nimmt oder ein abschließendes Argument mit einem unwiderlegbaren denn einführt. Jedoch scheint die Übereinstimmung zwischen Nafta und Lukács rein oberflächliche Natur zu sein. Wenn gleich man Lukács frühe Aufsatzsammlung die Seele und die Formen kannte und schätzte, ist unwahrscheinlich, dass er mit Lukács politischen Schriften vertraut war. Ein wichtiges Vorbild mag Eugen Levenet gewesen sein, einer der Führer der Münster Rätherrepublik, die man 1919 durchlebte. Man erwähnt Levenet in seinem Tagebuch als ein Beispiel des Typus des russischen Juden und verurteilt den brutalen, die Wirklichkeit misshandelnden Idealismus der Levenet. Als Sprachrohr für bestimmte Ideen hat Naftor sowohl den mittelalterlichen Katholizismus als auch den modernen Kommunismus zu vertreten. Im Befürwort gleichzeitig die absolute Macht der Kirsche und die Diktatur des Proletariats. Er ist zugleich ultra-revolutionär und ultra-konservativ. Im Unterschied zu Settembrini kann man ihn kaum als einen wohlgesinnten Menschen beschreiben. In der rückblickenden Zusammenfassung seiner Biografie im Gebiet Operationes Spirituales erfahren wir, er habe beim Eintritt in die Jesuitenschule die Stella Matutina in Feldkirch Zitat seine jüngeren Geschwister mit größter Gemütsruhe mit der Unempfindlichkeit des Geistes einzukraten, der Armenpflege und einem Schicksal überlassen, wie es ihrer minderen Begabung gebührte. Wenn wir in Nafta einen Repräsentanten der Gegenaufklärung sehen wollen, obliegt es uns, zunächst den Begriff Sel zu erläutern. Dieser ist offensichtlich in Entsprechung zum Standardbegriff der Gegenreformation zu verstehen. Wir begegnen ihm im Nachbars Nietzsches, Zitat, es gibt kürzere und längere Bogen in der Kulturentwicklung, der Höhe der Aufklärung entspricht der Höhe der Gegenaufklärung in Schopenhauer und Wagner. Im Zauberberg finden wir ihn nicht, wohl aber in einem Aufsatz von Mann aus dem Jahr 1930, Die Bäume im Garten, in dem zu lesen ist, die Bewegung von Geistfeindlichkeit und Gegenaufklärung, deren Zeugen wir sind. Dies muss eine zufällige Übereinstimmung sein, denn Mann hatte keinen Zugang zur Passage von Nietzsche, diese nicht den Kompilationen aus dessen Nachlass erscheint, die seine Schwester als der Wille zur Macht veröffentlichte. Ich bin dem Begriff seither nur selten begegnet, ausgenommen in einer äußerst interessanten Aufsatzsammlung, die von Jochen Schmidt herausgegeben und 1989 unter dem Titel Aufklärung und Gegenaufklärung in der europäischen Literatur, Philosophie und Politik von der Antike bis zur Gegenwart veröffentlicht wurde. Die Beitragenden beschreiben ein sich wiederholendes Muster, das bis ins Antike Griechenland zurückzuverfolgen ist und demzufolge auch die freie geistige Untersuchung stets eine Wiederbehauptung der konservativen Orthodoxie folgt. Im englisch sprachigen Raum war es der Geisteswissenschaftler Isaiah Berlin der Anfang der 70er Jahre den Begriff der Counter Enlightenment in Umlauf brachte. Berlin entwickelte den Begriff in Studien zu Wico, Haman und Herder, die alle in seiner Darstellung an einzigartigen Spezifika interessiert waren, im Unterschied zum übertrieben abstrakten und verallgemeinenden Geist der Aufklärung. Berlins Vorstellung von der Aufklärung und deren Gegenstück lassen sich auf die anti-aufklärerische Haltung des wilhelminischen Deutschland zurückverfolgen, die ich eingangs dieses Vortrags erwähnte, konzentriert in der Vorstellung von einer deutschen Bewegung und insbesondere auf Rudolf Ungers Studie Hamel und die Aufklärung sowie auf Friedrich in dem er schrieb Meineke ist zutiefst bestrebt nicht dem Irrtum zu verfallen den er im verhassten Naturgesetz geißelt der mechanistischen alles nivellierenden enzyklopädistischen Tradition des 18. Jahrhunderts. Nach des Ideen wie auch die von Settebrini lassen sich auf vielfache Quellen zurückverfolgen. Für einen Großteil seiner Informationen über die misselalterliche Kirche berief sich Man auf Heinrich von Eickens Geschichte und System der misselalterlichen Weltanschauung. Man notiert in seinem Tagebuch, dass der tyrannische Einfluss der Kirche mit Verleumdungen und Apotheosen sich auch in einem zukünftigen kommunistischen Staat wiederholen wird. Hier sehen wir also, wie Extreme aufeinander treffen können. Für eine Reaktion auf die Aufklärung hätte man allerdings nicht weiter forschen brauchen, als bis zu einem relativ vertrauten Text die Christenheit oder Europa von Novalis, der mit den Worten einsetzt. Es waren schöne, glänzende Zeiten, wo Europa ein christliches Land war, wo eine Christenheit diesen menschlich gestalteten Weltteil bewohnte, ein großes gemeinschaftliches Interesse verbannt den längsten Provinzen dieses weiten geistlichen Reichs. Ohne große weltliche Besitztümer längte und vereinigte ein Oberhaut die großen politischen Kräfte. Eine zahlreiche Zunft, zu der jedermann den Zutritt hatte, stand unmittelbar unter denselben und vollführte seine Winke und strebte mit Eifer seine wohltätige Macht zu befestigen. Novalis liefert ein einprägsames Beispiel einer feindlichen Auffassung von der Aufklärung als mechanistisch und übermäßig abstrakt. Er wirft ihr vor, Religionshass zu propagieren, aber überdies noch die Menschheit zum reinen Naturgeschöpf degradiert und die unendliche schüpfelische Musik des Weltalls zum einförmigen Klappern einer ungeheuren Mühle reduziert zu haben. Man pflicht einen Teil von Novalis Aufsatz in die Reden Naftas ein. Naftas beschreibt beifällig, wie die Kirche sich verpflichtet fühlte, die vermeintlichen Forschungsbefunde von Wissenschaftlern wie Galileo zu unterdrucken, da Galileos Prämisse philosophisch absurd war. Die Erde konnte unmöglich die Sonne umkreisen, was auch immer das Beweismaterial nahelegen mochte. Er geht eigentlich mit der Kirche in ihre Verurteilung der modernen Naturwissenschaft, allen voran der neuen Astronomie, die aus dem Zentrum des Alls, dem erlauchten Schauplatz von Gott und Teufel um den Besitz des beiderseits heißbegehrten Geschöpf kämpften, einen kleinen gleichgültigen Wandelstern machte und der großartigen kosmischen Stellung des Menschen vor der Hand ein Ende bereitete. Hier paraphrasiert Nafta eine Passage aus Die Christenheit oder Europa, die Thomas Mann in einem Buch von Georg Brandes zitiert fand und selbst mit Bleistift anstrich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Novales Aufsatz im Jahr 1826 war sich eine kritische Masse von konservativen Meinungsvertretern einig, dass der naive Glaube der Aufklärung an die Allmacht der Vernunft zur französischen Revolution geführt habe und dass es erstrebenswert sei, populäre Bewegungen zu unterdrücken und die Macht der deutschen Fürsten wiederherzustellen, wie auch die Herrschaft der Bourbonen in Frankreich restauriert worden war. In Frankreich prangerte Josep de Mestre die Negativität der Aufklärung an und rief und rief zu einer stabilen hierarchischen Gesellschaft auf, die dem vermeintlich unfehlbaren Papst gehorsam sei und von der halbmystischen Figur des Henkers in Schach gehalten würde. Wiederum war man nicht unvertraut mit den Schriften von de Mestre, die er vielleicht aus erster Hand, nachweislich aber aus zweiter Hand kannte. Er war ihm in einem weiteren Buch von Brandes begegnet und hatte eine Passage angestrichen, in der de Mestre den Krieg befürwortete als ein Mittel zur Läuterung der Menschheit von den Sünden, die die Zivilisation begleiten. Zu diesen Beispielen einer historischen Gegenaufklärung können wir Nietzsche hinzufügen, der, wie wohl bekannt ist, besonders in seinen späten Schriften dazu aufruft, den herrlichen Menschen der modernen Demokratie unter die Herrschaft einer aristokratischen Elite zu sterren. Im Namen der Heimatlosen sprechend, bekräftigt Nietzsche in die fröhliche Wissenschaft, wir halten es schlechterdings nicht für wünschenswert, dass das Reich der Gerechtigkeit und Eintracht auf Erden gegründet werde und fährt fort, wir denken über die Notwendigkeit neuer Ordnungen nach, auch einer neuen Sklaverei, denn zu jeder Verstärkung und Erhöhung des Typus Mensch gehört auch eine neue Art Versklavung hinzu. So faszinierend es aber auch sein mag, die verschiedenen Quellen, die man in diese Diskussionen einfließen ließ, zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen, die Frage, die sich hier in erster Linie stellt, betrifft den Zweck, in den er sie münden lässt. Während Zauberberg generell als ironische Korrektur zum Bildungsroman verstanden wird, also zu einem Romantypus, der Zeit der deutschen Aufklärung konzipiert wurde, wenngleich er erst im späßen 19. Jahrhundert unter diesem Begriff bekannt wurde, kann er auch auch als Modernisierung einer anderen Romangattung der Aufklärung aufgefasst werden, der des anthropologischen Romans. Romane wie Wielands Geschichten des Agathon und Goethes Werther und Wilhelm Meisters Lehrjahre sind Übungen in pragmatischer Anthropologie, die untersuchen, wie verschiedene Aspekte der menschlichen Natur sich unter verschiedenen Umständen Manifestieren. Der Zauberberg spielt nicht nur Aufklärung gegen Gegenaufklärung aus, sondern er stellt aus zwei verschiedenen Auffassungen von der menschlichen Natur einander gegenüber, den Homo Humanus des Settembrini und den Homo Dei von Nafta. Nach seiner Erfahrung im Schnee disminisiert sich Castor von Biden und übernimmt den Begriff Homo Dei, um eine Vorstellung von der Menschheit als zwischen Leben und Tod in der Schwebe stehend zu formulieren. Zitat Die Durchgängerei des Todes ist im Leben. Ihr werde nicht leben ohne sie und in der Misse ist das Homo Dei Stand. Im Missen zwischen Durchgängerei und Vernunft. Den Menschen als Herrn der Gegensätze definierend stellt sich Castor auf die Seite all jener Kräfte im menschlichen Leben, die nicht auf die Antithesen seiner Mentoren reduzierbar sind und die kaum oder gar nicht in Worte zu fassen sind. Er fühlt sich zur Musik hingezogen, was Zetibrini als politischen Quiatismus verurteilt, zur Tradition, die in seinem Großvater und dessen Senatorenkragen verkörpert ist, zum Tod aus einem Zustand mit einer eigenen Würde, was Zetibrini bestreitet und natürlich zur körperlichen Liebe. Wir erinnern uns, wie Zetibrini vergebens versucht, ihn vor Klavadir Schuscha zu warnen, mit dem Zitat »Betrachte sie genau, Lilith ist das«, worauf Castorp antwortet »Wer?« Was Zetibrini erlaubt, das Zitat mit »Adams erste Frau« fortzuführen. Dies stellt ihn aber nicht auf nach der Seite, ganz im Gegenteil. Tatsächlich ist Castorp Zetibrini zum Schluss entwachsen, aber der Roman deutet an, dass er gleichzeitig den Kern von Zetibrini's Aufklärungsbotschaft verinnerlicht hat, wie leicht an zwei verschiedenen Textpassagen festzustellen ist. Eine davon ist die Szene, in der Zetibrini Castorp in dessen Zimmer besucht und das Licht anzündet, Zitat »Welches von dem weißen Deckel der Möbel zurückgeworfen den Raum im Luh mit sitzender Klarheit überfüllte.« Der Wortlaut hier ist ausschlaggebend. Der Begriff Klarheit weist auf die Geistesklarheit zurück, die Settembrinis Ausdruck zu verlangen schien, als er uns eingangs vorgestellt wurde, und das »Über« von »Überfüllte« deutet an, dass man auch zu viel Aufklärung haben kann, dass manche Dinge besser im Dunkeln gelassen werden. Mehr als 700 Seichen später ist es Hans Kastorp, der das Licht anmacht. Die Seance, die Dr. Krakowski mit Ellen Brandt als Medium durchführt, droht auszuufern, dass er die Erscheinung des Tochen Jochen hervorbringt. Dr. Krakowski befiehlt Hans, die Erscheinung anzusprechen, Zitat, aber Hans Kastorp war mit wenigen Schritten bei den Stufen der Eingangstür und schaltete mit knappem Handgriff das Weißlicht ein. Zusammenfassend und abschließend muss betont werden, dass der Roman nicht neutral zwischen Settembrini und Naftan schwebt. Aufklärung und Gegenaufklärung halten sich nicht die Waage. Aber der aufgeklärte Humanismus des Settembrini ist gleichfalls als überholt dargestellt. Naftan verachtet die Naturwissenschaft, aber Settembrini ist ahnungslos über sie, seine Kultur ist die des Wortes. Der Schauplatz in einem Sanatorium und das ausgiebige Studium der Biologie, dem sich Hans Kastorp widmet, erinnern uns daran, dass die moderne Welt einen erweiterten Humanismus benötigt, einen Humanismus, der auch der Naturwissenschaft Platz einräumt. Darin besteht die zweifach bedeutsame Moral der Geschichte, nicht zuletzt auch für die zeitgenössische Gegenwart. Englisch-Muttersprachler, die Deutsch lernen, realisieren nicht immer, dass das Wort Wissenschaft sowohl die Geisteswissenschaften als auch die Naturwissenschaften umfasst. In diesem alles umfassenden Sinne fordert uns der Roman dazu auf, beide Aspekte gleichermaßen herzunehmen, sowohl die Vernunft als auch die Wissenschaft als des Menschen allerhöchste Kraft. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Richie Robertson, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen sehr erhellenden Vortrag. Sie haben uns nicht ein grelles Licht, das alles entschleiert, aber ein erhellendes Licht aufgestellt über die Verhältnisse, die Kräfterverhältnisse dieser beiden Positionen, die sich in den Figuren durchspielen. und ich glaube, dass das Spannende ist, dass Sie auf der einen Seite es hingekriegt haben, die Bezüge, die vielfältigen, auch natürlich philologisch, intertextuell rekonstruierbaren Bezüge bei beiden Figuren aufzuschließen. Das ist das Geschäft des Philologen, das darzustellen und auf der anderen Seite natürlich auch die inhaltliche Frage, die Spannung, die sich dabei auftut, aufscheinen zu lassen, um in dieser Metaphorik zu bleiben. Und ich glaube, am Schluss eben Ihre Lektüre, dass es nicht darum geht, quasi eine Gleichheit, eine Ausgewogenheit vielmehr des Kräfteverhältnisses gelten zu lassen, stellt natürlich die Frage oder wirft die Frage auf, nach der Stoßrichtung, der Tendenz, die sowohl der Roman als auch vielleicht der Kontext, in dem sich vielleicht der politische, in dem sich Thomas Mann befindet in der Weimarer Zeit und dann darüber hinaus. Das ruft natürlich nach einer Kontextualisierung zu einer Zeit, in der alles ideologisiert wird und darüber hinaus könnte man natürlich auch fragen, nicht nur historisch kontextualisieren, sondern generalisieren für unsere Begriffe von Aufklärung und Gegenaufklärung und wir haben ja am Anfang auch schon diesen aktualisierenden Bezug hergestellt, man wäre versucht, dem natürlich jetzt nachzugehen und zu fragen, wo stehen wir eigentlich und wie wichtig ist dieses Verhältnis, wie kann es heute aussehen, dass wir Aufklärung brauchen, ich glaube, da sind wir uns schnell einig, dass das andere der Aufklärung eine Rolle spielen wird, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, in einer Zeit, wo wir über New Religion seit spätestens seit 9-11 nachdenken und die Frage, mit welcher Gewalt kehrt die Religion zurück und ich glaube, die Frage ist absolut offen, die Thomas Warren gestellt hat und wie sie sich beleuchtet haben, sie ist natürlich ideologisch komplett überformt, in Ruhe da dran zu gehen und vor allem in so ziselierten Geschichten und Figuren, das gelingt heute, glaube ich, fast keinem mehr, so wie das Thomas Mann gelungen ist und sie haben uns das sehr schön gezeigt. Vielen, vielen Dank nochmals. Es wäre natürlich jetzt eigentlich eine Gelegenheit und ein Bedürfnis wahrscheinlich von vielen der Zuhörer jetzt mit Ihnen ins Gespräch über diese Frage zu kommen aber das geht leider einfach aus medientechnischen Gründen nicht, das bedauern wir sehr. Es hätte auch ein Gespräch sein können, das eher informell bei einem Apéro funktioniert, aber auch das ist uns leider versagt und wir hoffen darauf, dass es eine Gelegenheit gibt, indem Sie vielleicht in einem leicht anderen Rahmen nochmals nach Zürich kommen und wir das nachholen können. Also ich bedanke mich im Namen sicher aller Veranstalter bei Ihnen, lieber Richie Robertson, für diesen sehr, sehr schönen Vortrag, sehr erhellenden Vortrag. Ich will mich aber auch bedanken, nicht nur bei Ihnen, sondern bei denen, die das möglich gemacht haben, bei Raphael Ball natürlich nochmals, der der Schirmherr als Direktor der ETA-Bibliothek, sowohl der Veranstaltung wie auch natürlich des Thomas-Mann-Archivs ist, aber natürlich insbesondere Kathrin Bedeneck, die mit mir zusammen diese Veranstaltung organisiert und Kathrin Keller, die auch in der Organisation wesentlich beteiligt war und ist und weitere Mitarbeiter des Thomas-Mann-Archivs einerseits und der Bibliothek, auch Philipp Zumbrunnen. Vielen, vielen Dank für diese auch wichtige und fruchtbare Arbeit hinter der Bühne und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich einen schönen Abend und bleiben Sie gesund und ich hoffe, dass wir uns in einem Jahr ungefähr dann wieder live sehen und nicht mehr auf diese Art und Weise. Lieber Herr Robertson, alles, alles Gute. Ich kann nicht sagen, kommen Sie gut nach Hause, sondern einen sehr schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.